Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Duke Nukem für die Switch. Okay, eigentlich Bulletstorm für die Switch, aber wir spielen mit Duke Nukem. Und ja, das wäre ja unsere nächste Mission. Wie man sieht, ist es, die Stadt zu finden und erreiche die Stadt und Trishka zu finden. Ja, wir gehen einfach direkt weiter. Gar nicht so viel schnacken, oder? Los geht's. Roger. So. Oh, warte. Man. Ja, unser Kollege hier ist nicht so gut auf uns zu sprechen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und das hilft. Wooh! Kaboom, Baby! Haha, das ist okay. Come on. Beide. Steig alert! Wie geht's dir, Joe? Planniert besser? Das ist nicht. Ich werde es nicht verletzen, ich um es zu machen. Wir werden dich raus davon machen. Mach uns, ich kann mich hier anschießen eigentlich. Schliesslich, verheits Judas? ok friendly feier okay die und hat man mit hochgeladen kampflichkeitsanalyse aktiv konfiguration würde ich beeindruckt die kills als kitzschutz drücke jetzt und ich könnte dann noch aufzurufen ok tötet den gegen den gegen die oberfläche tritt ok man kann aber schon einiges machen da gibt es mal ok was er so machen kann wow son of a mother this thing is judging me it will have further opportunity to mark your efficiency we are on your attack headshot 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 Würgerei, 50 Punkte. Verdiene dir 1000, okay. Verdiene 1200 Skillpunkte, haben wir geschafft. Und nun? Führe Skillshots aus, um dir die Skillpunkte zu verdienen. Diese kannst du bei Versorgungskapseln investieren, um dir Waffenmunition und Upgrades zu kaufen. Cool. Verbinde dich jetzt wieder mit der Versorgungskapseln, um Nachschub zu erhalten. Wie heißt das denn? Okay, also Skillshop Datenbank. Okay, das ist ein Versorgungskapsel. Warte mal. Wird ein Gegner, ein Schuss in den Kopf. Ja, okay, haben wir. Nein, warte, ich bin noch mal rein. Versorgungskapsel. Wie ist das? Ja. Magazin kaufen, 160 Kapitäts-Upgrade. 800, wie viel Kohle habe ich? 1200? Okay. Bisschen höher die Munition, ist natürlich nicht schlecht. Was gab es hier unten bei ihm? Ah, nix verfügbar, okay. Google im Magazin, 50. Drücke ich zähl, um das Visier zu ziehen und dein Schuss exakt zu platzieren. Ich könnte das Munition kaufen. Machen wir mal kurz. Aber müssen wir jetzt eigentlich. Wo die nächsten Investitionen hier auch? Statistik? Normal? Ah, okay, normal. Na gut. So, weiter geht's. Okay. 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 Oh, Kopftröppen hier, oder? Oh, das ist einfach. Ich muss jetzt gleich weg, ne? Keine Motion mehr, okay. Wie ärgerlich. Wenn wir doch eine Mission kaufen sollen, das? Geht kein Versorgungskasten da? Nein. Ja, da unten hat er Munition, also wenn man kurz hinrennt und die einfach ins Gesicht geht, ne? Oder so machen. So, Munition. So. Geil. So. Oh, die Munition. Alles mitnehmen. Also den hab ich ja nicht mehr. Rass das Loch! Hold it together. Basecamp up ahead. Was? Kämpfer? So, einsam hier? Ja. Ja. So. 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 Und so können wir hier einsammeln? Aber die Eier! Die Eier! Das ist ja sicher! Ich bin so vontade, glaube ich. Wir sind so schwer, diese Eier. Maschinen hier sind wir in der Mitte zu wissen. Vielleicht hab ich auch nicht schon eingesammelt. Ja. Oh. Was los. Wo haben wir noch mal die Tone hier? Ich bin der Wichser. Geht. This place is filthy with low spread radiation. Neither of us will survive if we linger. Äh, das erinnert mich an L.A. Entschuldige meine Nostalgia. Okay. Oh, was passiert hier gerade? Die Konfiguration belohnt dich für schnelle Reaktionen. Krieg eine Situation mit Skillpunkt. Bereite dir auch vor, ZL festzuhalten, um dir jetzt eine anzusehen. Okay. Oh Gott, der redet aber auch mal bevor er eine Scheiße, ne? Bevor er davor auch nicht geredet hat. Oh, groß. Oh, groß. Ok. Oh, groß. Oh, groß. viele reingeballert zurückgeprallt haben sich geschlagen wie geil ist das denn so wenn weiss ja rasante action macht aber echt spaß also es macht wirklich laune man ist irgendwie ich super schwer gerade aber ich habe auch die meisterung ok oder so neu steht etwas mit aber nicht machen aber hier ladung freischalten er schießt man dann konzentrierten folge ein speziales 100 kugel löscht die meisten gegner augenblicklich aus kann man nicht machen wir haben nur 2900 vielleicht soll ich ein bisschen munition kommen ich bin wahrscheinlich genug noch aber sicher sicher doppelt um zu rutschen Okay, Lago. Wie geil! Okay, schön beim Pissen. Okay. Okay. Die laufen da noch um. Okay, du kannst auch Monikon sammeln und sparen. Kannst du den hacken? Oh, scheiß Androide. Der Typ. Was ist denn hier? Glorys, mother of shit. Got enough Ordnance in here to bring religion to the alien hordes. Destroy everything. Leave these savages no means to give chase. I like the way your new brain thinks. Störing die Kopfhörer. Okay, wahrscheinlich so nicht an die anderen Seite schon oder auch abschießen? Wollen wir die Reise stören? Mein Captain abschießen? Wollen wir draufhalten? Okay. Das geht auch. Locals seem none too excited about your plan. Kill them all. Battery's low. Nearly out of power. Okay, jetzt müssen die Falle hier. Oh. Oh. Ah, im Blumen. Guck mal, wir regenerieren. Alter. Warten. Weißt du jetzt ein bisschen? Warte mal. Hoppe. Ach ja. Das ging glaube ich auch noch. Ja. Oh. Oh. Ich hole mir die Waffen hier. Oh, oh. Schau, die Punkten haben einen Schrauben! Schau, die Leech! Verdammt. Da hab ich genau in der Mitte... Warte mal... Auch nicht. So. Eieieiei, da brauchen wir genau teilen? Das klappt doch überhaupt nicht. was war der tür los super jetzt kann man hier auch mal reingehen du kannst die batterie ladung freischalten da schießt man den peacemaker caravan es ist ganz cool anheilig also machen wir machen es mal nicht in der schutzprozise aus und mehrere gegner einen einzigen freustell auszuschalten die frage die mann ja dann ok gut versuchen wir richtig viele leute abkommen Mit Lengs? Mit Lengs? Ich weiß, dass ich nicht mehr weiß. wo die hergekommen sind. Ah verdammt. Ich muss warten. Oh, wie Spaß. Warte, hier hinten ist irgendwas. Es leuchtet. Komm mal hingehen. Es leuchtet, ist auch gut. Yes! 150 Schuss. Ja, das ist immer so nett. Okay. Es geht runter. Mehr Flaschen zwischen uns, wenn du gehst. Oh, es ist gut, dass du deinen Gefühl von Humor zurückkommst. Ich habe keine Humor erwartet. Wenn du mich verletzt hast. Ja. Ja, ja. Es geht runter. Ja, ja. Das ist schön der Lecker. Okay, dann mein Hilfe ist mir da drin. Nein! Okay, so... Too bad to think he is near. Haha, wie siehst du? Okay, da haben wir den ganzen Hintergrund da. Sauber! Mal gucken, was Neues da ist. Leider nicht, ne? Was ist das Ding? Scheiße, Alter. Okay, das geht bei Nights. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Okay. Ich bin jetzt ein Schrauben Ich bin jetzt ein Kuss 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 so hier kannst du nicht in die strom bekommen da, da da, da Vielen Dank. komm schon aber du bist doch Boah, die haben wir doch kommen gekriegt hier, oder? Eieieiei. So, geht das neu jetzt? Na, nicht. Hättest du drauf und weglaufen? Fast. Ah, nein. Auf. Nein, du kannst doch einen Strom fliegen. Was ist denn das? Da ist auch kein Strom rein, weil da in der Welt. Das ist es. Dinnertime. Dinnertime. So, kannst du dir Strom holen? Okay. Was? Fast kein USB-Kabel dabei? Oh, Scheiße. Das ist USB-C, ne? Ich fühle mich viel besser. Grey, glücklich zu hören. Grey, ich habe die Facilität überladet. Ich habe die Immunität in den Gravitacor-Generatorn geprägt. Es gibt viele Nerd-Werder, lass uns hier raus. Irgendwie schiebt in Tennis, okay. Oh, es ist gerade so spannend, ich weiß. Aber ich glaube, wir machen genau hier eine Pause. Und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao. Bye. Sage. Ciao. Ciao. Vielen Dank.